Und jetzt sind wir beim nächsten Thema, da geht es ums Geld, interessiert uns alle. Es war ja ein unglaubliches Angebot, von dem jetzt in dieser Woche zu lesen war. Man leiht sich 1000 Euro, muss aber nur für diesen Kredit 994 zurückzahlen. Hä, wie geht denn sowas? Da müsste doch eigentlich irgendeine fiese Masche dahinter stecken. Oder sind das wirklich besonders günstige Kredite und wir sollten zuschlagen? Das besprechen wir jetzt mit Spardetektiv Daniel Engelbart, der ist bei uns zu Gast. Was ist denn, also es sind ja sogenannte Negativzinsen, wie funktioniert das denn für die Bank? In dem Fall ist es einfach eine Werbeaktion. Also normalerweise muss die Bank letztendlich, wenn sie Kredite vergibt, ja auch Geld für Neukundenakquise ausgeben. Und in dem Fall hat einfach eine pfiffige Online-Plattform gesagt, okay, ich wandle das Ganze um und nenne es einfach Negativzinsen. Das heißt, ich muss dafür kein Geld ausgeben, sondern nehme das Geld, was normalerweise an Zinsen anfallen würde und schenke es dem Kunden. Und somit, ja, sieht man ja, funktioniert es sehr gut, spricht ganz Deutschland momentan darüber. Und viele fragen sich natürlich, ist da ein Haken dabei? Es funktioniert wirklich. Also es ist in dem Fall wirklich ein seriöses Angebot von einer Plattform, die mit einer deutschen Bank auch zusammenarbeitet und das aktuell wirklich ohne Gebühren anbietet. Und man muss halt, wie gesagt, weniger zurückzahlen als das, was man sich holt. Also ich habe aber trotzdem immer so das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich auf eine Plattform, auf irgendeine Website gehen würde und mir einen Kredit besorgen würde, weil man gibt natürlich seine Kontodaten und alles Persönliche auch her. Siehst du da irgendeine Gefahr? Nein, in dem Fall ist es wirklich eine seriöse, bekannte Plattform. Smava.de hatten wir ja schon mal genannt. Es gibt aber, wie gesagt, verschiedene andere Plattformen, auch bei denen man Kredite vergleichen kann. Die wiederum bieten jetzt allerdings diese Aktion an, dass man, wenn man seine Daten eingibt und die entsprechende Bonität hat, einen Kredit bekommt, bei dem man sogar noch weniger zurückzahlen muss, als das, was man erhalten hat. Das wäre doch super. Dann könnte man ja ganz viele von diesen Krediten aufnehmen und könnte irgendwie damit einen Gewinn machen. Richtig. Das war natürlich dann die Idee auch von einigen Facebook-Kommentaren, die sagten, cool, dann werde ich dadurch reich. Das ist natürlich in dem Fall bei der Aktion ausgeschlossen. Das heißt, pro Haushalt kann man es nur einmal nutzen und es geht auch nur 1.000 Euro, sprich, man kriegt 6 Euro geschenkt, beziehungsweise wenn man die Zinsen, die man sonst zahlen würde, noch dazu rechnet, spart man sich halt diese 2, 3 Prozent Zinsen und diese 6 Euro. Aber ich kann das natürlich nicht unendlich oft nutzen. Das ist halt eine Werbeaktion, die nur einmal geht. Nun ist es natürlich für viele Menschen verlockend, speziell dann, wenn man zum Beispiel in seinem Dispo-Kredit hängt, also in seinem normalen Konto immer im Minus ist und da ja sehr hohe Zinsen zahlt. Würdest du sagen, dass es jetzt für jeden ein guter Tipp ist oder welche Gefahren lauern auch bei so einem sehr verlockenden Angebot? Also wichtig ist, dass man sich bewusst sein muss, man muss dieses Geld in einer bestimmten Zeit zurückzahlen. Also einfach jetzt blind links sich 1.000 Euro zu holen und damit einen schönen Fernseher sich zu kaufen, mag zwar schön sein, aber viele vergessen, dass es monatlich Raten rückzuzahlen gibt. Das heißt, da sollte man aufpassen. Im Vergleich zu Dispo-Krediten ist es auf jeden Fall ein guter Rat, sich letztendlich so einen Ratenkredit zu holen und dadurch diesen Dispo-Kredit abzulösen. Den sollte man sowieso nur maximal ein paar Tage benutzen, genau wie du sagst. Der ist halt sehr, sehr hoch, zwischen 8 und 9 Prozent Zinsen zahlt man da und das muss natürlich nicht sein. Und die Gefahr besteht natürlich für alle, für uns alle, dass man über so Kredite, die man dann einfach abzahlt für Kleinsachen, dass man, man holt sich nicht nur einen Kredit, sondern mehrere, weil man möchte auch noch in Urlaub fahren und am Ende ist die monatliche Belastung so hoch. Das ist eine große Gefahr, gerade mit Kreditkarten, die man ja auch hatte und dementsprechend das erst nach ein, zwei Monaten zurückzahlen muss, gerät man oft in so einen Teufelskreislauf. Das heißt, ich beginne auf einmal den einen Kredit mit dem anderen Kredit abzulösen. Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich, da sollte man sehr diszipliniert sein, aufschreiben, welche Ausgaben und Einnahmen ich habe. Und der erste Schritt ist wirklich zu schauen, dass ich Sachen schifte von teuren Krediten zu günstigeren Krediten, also Rahmenkredite oder Ratenkredite sind da schon viel, viel besser, als wenn ich das mit der Kreditkarte oder mit dem Disco-Kredit mache. Wir sehen jetzt hier schon deine Tipps, aber welche günstigen Kredite bieten denn die klassischen Banken an? Kannst du uns da auch noch mal einen Tipp geben? Generell, also wie gesagt, diese Plattformen, Vergleichsplattformen arbeiten ja mit Banken zusammen bzw. listen solche Angebote auf und normalerweise liegen die Kredite am Beginn ab zwei bis drei Prozent. Das ist, wie gesagt, viel, viel günstiger als die Disco-Kredite, die man in Verbindung mit seinem Girokonto hat. Von daher lohnt es sich, das auf jeden Fall anzuschauen und zu nutzen im Vergleich zu den Kreditkarten, die, wie gesagt, nur ein, zwei Monate Aufschub mir gewähren. Also, wenn man sich bewusst macht, dass das wirklich nur ein einmaliges Angebot ist und dass man damit eine spezielle Situation vielleicht lösen könnte und das nicht als Spirale in die Schuldenfalle sieht, dann ist das eine gute Sache. Daniel Engelbarz zu den wahnsinnig günstigen Angeboten in Sachen Kleinkredite. Danke dir für deinen Besuch. Gerne, danke. Vielen Dank.